Das Schlimmste an dieser Gapkultur ist einfach, dass hier nur alte Opaen arbeiten. Und die sind alle so süß, dass ich durchdrehen möchte. Hallo Freunde, hier ist Inka und heute Abend sind wir in den Denenong Ranges und zwar mit Tiers. Auf jeden Fall gibt es da eine kleine Lokomotive, die wird tatsächlich noch mit Dampf betrieben. Die heißt Puffing Bully und die fährt halt so durch den U-Wald. Und das wollten wir uns heute mal angucken. Ich dachte, es ist ganz interessant, wenn ich euch mitnehme. Es ist ruhig. Es ist ruhig. Wir sind jetzt eingekommen und das sieht man sogar im Zug. Im Hintergrund. Oh mein Gott, ich dreh durch. Gibt man den? Der kommt da hinten. Das ist so cute hier. Das ist super, super alt. Und mein Gott, der fährt rückwärts. Ich weiß gar nicht, dass sie das können. Ich weiß gar nicht, dass sie da sind. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Der da ist richtig aggressiv. Der hat uns eben attackiert und der hat diese riesigen Füße. Die haben wir gesehen. Und die da. Untertitelung. BR 2018 Das ist ein Kokabura. Und Kokaburas fressen ernsthaft andere kleine Vögel. Wir haben mal einen gesehen, der einen anderen kleinen Vogel im Schnabel hatte. Sie sehen zwar ganz süß aus, aber es sind richtige Bieste. Ein süßes Biestchen. Hallo Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein kleines Like hin da. Und abonniert mich auch gerne, damit ihr auch die zukünftigen fancy, fancy Videos von mir und Tias mitkriegt. Dankeschön fürs Gucken. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Das war noch ein Melben, aber in den Denonor Rangers und gut sieht es hier aus. Was war das? Findest du? Willst du Hallo sagen? Die Menschheit wartet nur darauf, dass du dich zeigst. Die Leute gucken meine Videos oder allgemein folgt mir jeder nur wegen dir. Das ist Chias.